und damit hey und willkommen zurück zu einem neuen part von lego harry potter beim letzten mal haben wir hier seht ihr ein vengardium leviosa gelernt mit dem wir sache sachen fliegen lassen können mussten wir das türmchen zusammenbauen um das tor zu öffnen jetzt gehen wir mal gucken was sich da so findet hinter dem tor guck jetzt können wir nämlich sachen schweben lassen und zusammenbauen und dafür kriegen wir wieder münzen oder schalten etwas frei folgen wir mal weiter dem geist aber ist richtig was los was können wir denn hier noch machen so ok das ist das auch münzen wenn wir die so quasi anfeuern was ist das denn zack konntest du dankeschön ach jo warte da oben ist der und da wir wissen dass von kretze hat da ist kretze können wir den da reinschicken und den darunter schubsen und geh du mal eben auf seite danke und einfach rumschweben lassen kann da drauf cool was haben wir jetzt freigeschaltet hier ganz viel geld 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 mit einem buch kann diese symbole verstehen ok also nicht wir schade egal wir haben es freigeschaltet schon mal was kann ich denn hier machen ach noch mal aufräumen warum räumt ihr keiner ruf wo muss ich das denn alles machen was gibt es hier rechts noch das machen wir das schon wieder sauber kann man nicht sein ernst sein kann man den nicht in der warte da ich höre die ganze katze mir und da dann bauen wir was zusammen damit mit 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 gehen wir mal weiter jetzt sind wir in der großen halle cool draco märfoy aus der gemein Diese Hähnchenkeule. Aus dunklen Tiefen, ich kann diese Symbole verstehen, okay. Ah, der Troll, lol. Oh Gott. Da müssen wir jetzt mit Dingens durch. Ron kann Kretze einsetzen, okay, dann machen wir mal Kretze. Kretze go, Kretze go, go, go. Kretze rettet den Tag. Kretze rettet den Tag. Ich frage, wenn wir das hier auch schließen. Dann können wir durch, alles klar. Hallo Troll. Okay. Erstmal gucken wir, was das hier ist. Okay, eins von sieben. Ach, wir können die Lampen unterwegs aktivieren. Okay. Zwei von sieben. Haben wir schon mal, alles klar. Tun wir jetzt mal eben gucken. Irgendwie muss es doch die Möglichkeit geben. Zwei. Ah, dann gibt es diese Teile vom Emblem für Gryffindor. Was müssen wir denn hier machen? Ah, drauf schießen und dann können wir diese Teile benutzen und sie da drauf stapeln. Alles klar. Um dann eine Art Treppe zu bauen. Oder auch nicht. Im Grandschuss. Jetzt hält's. Okay. Dann können wir jetzt. So. 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 Und schon sind wir oben. Nein. Wieder runtergefallen. Egal. Wir machen es nochmal. Zack. 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 Nicht wieder runterfallen. Geschafft. Wow. Okay. Alles klar. Und was willst du jetzt? Und drei. Zack. Was mache ich jetzt mit dir? Ach so. Cool. Norme Golfen. Spielt Poseidon. Ist auch Poseidon, oder? Bestimmt, ne? Gibt es denn irgendwas zu tun für uns? Tatsächlich können wir noch was zusammenbauen. Cool. Jetzt haben wir dem Licht gegeben. Ist richtig cool mit diesen kleinen Gimmicks. Ja. Nur zwischendurch so. Okay. Machen wir mal Wende mit irgendwelchen Schwertern spielen. Kann man ja mal machen. Warum komme ich leider nicht hin? Okay. Und jetzt? Ja, Jungs verboten. wie komme ich denn jetzt da rein das bringt mir nichts aber ich kann noch gar nicht zu hermine hermine ist doch gar nicht hier da habe ich irgendwo was vergessen verstehe ich gerade irgendwann nicht das mädchen klo das heißt wir dürfen mal gar nicht rein das heißt nur hermine darf daran aber wo ist hermine aber was ist wenn wir den kampf einfach mal zu ende führen was passiert dann nichts okay ja alles klar ja aber das bringt nichts leute das müssen wir hier machen das haben wir schon durch die krone aktivieren irgendwas vergessen er löscht sich immer noch sein püppes wir haben hier nichts vergessen oder können das teil da hinten anschießen okay trotzdem kommen wir nicht rein hier ist auch nur eine vier von nun müssen wir irgendwie alle aktivieren fünf von neun sechs von neun da oben haben wir schon das sind ja irgendwo eine da sind noch zwei haben wir jetzt alle aktiviert den da haben wir auch nichts vergessen da haben wir auch alle aktiviert hier haben wir auch alle aktiviert das Leute irgendwie stöcke ich hier fest das bringt uns auch nix das bringt uns auch nix das bringt uns auch nix oder bringt uns Krätze irgendwas kommst du hier irgendwie rein ist hier irgendeinen Weg für dich? hier gibt es auch keinen Weg für was ist das nicht? ach guck mal da ist noch so ein ding müssen wir jetzt auch noch aktivieren damit wir da reinkommen da 9 von 9 ok dann habe ich noch so ein teil ja aber wie kommen wir denn jetzt da rein? nunja das machen wir im nächsten part lasst die bewertungen da vergesst nicht den kanal zu abonnieren check gerne die Playlisten aus bis zum nächsten mal tschau tschau tschau